So, 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 YouTube. Hallo und willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Geotastic ist ein Geogesser, das heißt wir werden irgendwo abgesetzt und werden herausfinden, wo wir sind. Ich spiele das in der Special Edition und zwar bis 30.000 Punkte. 6.000 Punkte pro Ort gibt es, 5 Orte habe ich eingestellt und ja, es gibt keinen Punkt, den wir liegen lassen wollen. Und ich würde sagen, wir starten rein, wir haben unendlich viel Zeit. Das heißt, das kann hier über mehrere Stunden gehen. Ich werde das so in 1-2 Stunden Parts aufsplitten, je nachdem, ob ich merke, dass wir da durchkommen oder nicht durchkommen. Und ich würde sagen, let's go. Mal gucken, wo es uns hinverschlägt. Ich sage, Tschechien. Ah, hier, Dingens ist doch, ähm, ähm, Malta. Ja, okay. Trick, da, bla, wo sind wir? St. Mary, Rabatt, Malta. Na, okay. Aluminium und Metalworks. Das sieht mir schon nach der größeren Stadt aus. Aber hochfahren ist gar nicht schlecht. Kommen wir hier rum? Ja, vielleicht sehen wir nämlich in welche Richtung das Meer liegt. Aber wir sind auf dem höchsten Hügel anscheinend. Interessant. Ähm, dann zoomen wir doch mal nach Malta ran. Flupp. Und, ja, Malta ist sehr hügelig. Wir könnten hier in Zagra sein. Zum Beispiel. Aber auch in, äh, Naxa oder sowas. Melia, hm. Ich glaube, dann würden wir aber das Wasser sehen. Als ich mal hier war, hat man überall Meer gesehen drumherum. Vielleicht aber auch mittendrin in Misida oder sowas. Oder hier am Rand Talhandak. Hm. Aber ich sag erstmal Zagra. Mal gucken. Ähm, hier steht doch bestimmt was auf dem Schild drauf. Irabat, Markiz. Markiz. Markiz wird zu klein sein. Also, Irabat ist die Straße, nicht? Irabat. Irabat. Markiz. Ähm, Gar. Medina. Rabat. Und Irabat heißt, na, Rabat, nicht? Das heißt. Doch irgendwo hier. Irabat. Mirkali. Markiz. Äh. Miraksch. Ich war einmal hier und hab nicht herausgefunden, dass ich in Rabat bin quasi. Weil ich über Medina dran stand. Ja. Und ich glaub, es gab ein Ort, gab's doppelt. Und dann hab ich mich, ähm, Megar, nicht? Megar gibt's nämlich da oben. Und Megar gab's hier irgendwo. Und dann, äh, hier, genau. Megar. Und ich hab ewig auch hier gesucht. Megar. Megar. Und dann ist Megar aber hier oben gewesen. Also das ist manchmal auch nicht eindeutig. Ich mein, wie kann es auf einer Insel von so einer Größe ständig Orte mit dem gleichen Namen geben? Also, ich mein, dass bei einem Land von hunderten Quadratkilometern, was historisch auseinanderliegt, vielleicht verschiedene, äh, gleiche Namen gewählt wurden. Aber irgendwie, hey, dir da drüben heißt Megar. Ja, lass das mal auch mal gönnen. Mh, nein? Aber wahrscheinlich ist das irgendjemand, der mal angebetet wurde oder der da hingereist ist. Landry Jet. Was ist denn das Größte hier? Matlab. Grab. Matlab. Grab. Gemiri. Bajira. Sehe ich alles nicht. Cebuk. Matlab. Gemireli. Gagur. Magdab. Esina. Imbahi. Baha. Bajira. Ne, Bajira. Imbajira. Also hier. Okay, in dieser Ecke irgendwo. Hier geht's hin. Und das nach. Westen. Ja, macht ja auch Sinn. Also hier werden wir kaum sein. Und da so viele Orte auf dem Weg sind. Jetzt müssen wir nur gucken. Rabatt taucht zum Beispiel nicht auf. Bingema auch nicht. Mgaba auch nicht. Fidden. Sehen wir Fidden irgendwo. Samata. Aber dann mit dem Berg, dann sind wir vielleicht wirklich doch, ähm, wo hatten ich den Berg gesehen? Hier bei Naxa oder sowas oben drauf. Schegedah sehe ich auch nicht. Mosta sehe ich aber auch nicht. Tadadak. Fulkar. Es klingt so alles ein bisschen vulkanisch oder klingonisch. Umarad. Bikurama. Naxa. Balsam. Santa Venera. Zebuk. Nein. Hier Favar. Nach unten. Makabar. Auch nix da. Pilipe. Maniki. Meliha. Ahar. 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 Tja. Tja. Ein Schild, was nicht viel hilft. Und da ich bisher noch kein Wasser gesehen habe, können wir eigentlich hier nur wirklich zentral sein. Ich weiß, hier habe ich überall Wasser die ganze Zeit gesehen. Da bin ich nämlich mal lang gefahren. Hier habe ich überall Wasser gesehen. Und hier hat man glaube ich auch, obwohl man hier stand, überall Wasser gesehen. Und hier sehe ich kein Wasser. Das heißt, wir müssen wirklich an einer rechtzentralen Stelle sein. Oder hier hinter ist direkt Wasser und ich sehe es nicht, weil wir direkt niedriger fahren und das eine Steilküste ist. Viele Optionen. Aber wir fahren einfach mal und finden es heraus. Hier. Das sind doch mal große Namen. Megar. Guckt mal. Okay. Megar geht nach Norden. Ja, das macht auch Sinn. Vajiri geht auch nach Norden. Okay. Was haben wir noch? Also die, die gehen nach Norden gerade erst mal. Matlab und Langeert. Ich glaube, Matlab war so was ganz kleines wie Dingli hier. Merla. Matab. Matab. Langeert. Das geht nach Süden. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo hier zwischen sein. Und dann muss Matlab hier so was ganz winziges. Irgendwo drumherum sein. Jvera sehe ich nicht. Aber die anderen Sachen sehe ich halt also nicht. Rabatt. Ich sehe nur Magar. Gineji B. Sehen wir den. Gineji B. Iginnachi. Gineji. Gineji B. Hier. Okay. Der liegt Richtung Magar. Okay, das macht auch Sinn. Und die liegen wahrscheinlich nördlich. Genau wie Bajiri und Kuchiyon Chonzi. Das ist auch da. Okay. Und dann sind wir vielleicht doch wieder in Rabatt oder sowas hier hinten drauf. Wir sind ja hier in so eine Ecke gefahren. Vielleicht stehen wir wirklich genau an dieser Straße beim Start. So, Les Rundle. Keine Trick? Okay. Ich glaube nicht, dass ich das hier jetzt noch besser bestimmen kann. Wir gehen zum Start zurück. Wäre cool, wenn wir den Straßennamen irgendwie finden könnten. Die stehen meistens dumm am Rand irgendwo. Okay. Clever eigentlich, oder? Das mit dem Fenster zu schützen. Das alte Zeug. Hat was. Wir haben eigentlich nur die Busstation nicht. Und da, okay. Ihr Rabatt. Ihr Rabatt. Und hier die, wie heißt denn die Station? Steht das hier dran? Nee. Marquise. 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 Martin. Fotografer. Ah. Da stehen die Bushaltestellnummern hier natürlich nicht dran. Aber in irgendeinem Haus muss doch der Straßenname stehen. Das sind meistens so blaue Schilder oder weiße Schilder. Die sieht man eigentlich ganz gut. Manchmal historische Schilder. Die kann man dann nicht so gut lesen. Die machen auf jeden Fall so eine Kurve. Ah, da. Da steht das, oder? Ah, nee. Das ist, glaube ich, deren Name. Hampingo. Ah. War da was? Einmal zurück. Hm, nee. Das ist eine Tür. Okay. Ja, nicht, äh, auch in... So was kann man ganz oft für 100.000 kaufen. Das ist voll der Scam. Als das dann mit so einem Foto als, ähm, Häuser, ähm, Steinhaus, nicht? Äh, historische Steinhaus gekennzeichnet. Und wenn man dann genau geguckt, was das Plot ist, was man kaufen kann, dann ist das dieses kleine Ding. Das wird dann als Haus verkauft, als Steinhaus. Und dann, äh, hat man irgendwie 200 Quadratmeter Grund. Mhm. Und dann natürlich günstig für 500.000 oder sowas. Also zumindest war das in... Dingens, so, äh, Jugoslawien da unten. Wie heißt das? Kroatien. Ah. Ja. Da hatte ich nämlich mal geguckt. Ah, hier nirgendwo Straßennamen. Das ist echt Kacker. Was haben wir hier? Genie Fieres. Und da sind wir wieder an der Stelle, aber kein Straßenname. Okay. Was ist hier in die Richtung? Äh, okay. Da, 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 da. Trig-Gajin-Kadjet. Jetzt haben wir's. Okay, das heißt aber, wir sind nicht hier. Gajin-Kadjet, hier. Anders geschrieben. Also wir sind in der großen Straße, hier. Und dann müssen wir jetzt nur noch die Ausrichtung herausfinden. Ähm, hier spaltet die sich im Südosten. Das dürfte das hier sein, irgendwo. Hm. Die ist die ganze Zeit zweitläufig. Und hier heißt sie anders. Erst hier heißt sie, so wie sie heißt. Und dann kommt so eine Stelle, wo die Straße in drei Richtungen sich abspaltet. Wenn wir hier den Straßennamen herausfinden. Dann könnten wir die Stelle ganz genau bestimmen. Trig-Gajin-Kadjet. Okay, das ist die weiterhin. Das heißt, wir müssen in die andere. Ah, und hier sind keine Häuser, wo die Straßen haben. Oh, die haben Kreise hierhin gebaut. Oder ein Haus. Oh, das heißt, das sieht ganz anders aus, wie auf den Bildern. Oh, Scheibenkleister. Äh, Zentro, Chavik Lake. Können wir da noch mehr lesen? Trig-Guseppi-Galea. Trig-Guseppi-Galea. Ich würde ja sagen, das war die Stelle, wo wir eben waren. Nicht? Und dann müsste hier Galetti-Gugea eigentlich eine von denen sein. Ist es aber nicht. Hier wäre ein Kreisverkehr. Trig-Galea. Hier. Da ist sie. Okay. Ge-Galea. Und die geht auch nach Norden weg. Das heißt, wir sind gerade hier. Und wir sind nach Südosten gefahren. Norden, Osten, Süden. Das heißt, wir sind so gekommen. Wir sind aus der gekommen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber wir haben einen Bogen gemacht, nicht? Nach Nordosten. Okay. Ja, ich glaube hier nach Nordosten. Vorher sind wir nach Süd. Nein, wir sind aber nach Südosten gefahren. Dann kamen wir von hier nach Südosten. Das ist diese komische Stelle, die umgebaut wird. Und dann sind wir hier nach Nordosten gefahren. Ja. Okay. Das heißt, wir kommen von hier. Tja, aber es hilft mir jetzt nicht. Ich meine, wir stehen genau an der Bushaltestelle. Aber die heißt halt anders. Die heißt, äh, Martinez oder so. Makiz. Trig-Ele-Lux. Und den Straßennamen von der Straße? Ich stehe hier nicht vor einer Straße. Oder ist das hier eine Straße? Das könnte eine Straße sein. Die geht nach Nordosten. Können hier stehen. Ah, in die kann ich reinfahren. Ja, das ist es. Dann stehen wir hier. Und wo genau? Stück hinter den Straßen nach Südosten. Nord-Osten-Süd. Das heißt, hier Richtung Bushaltestelle. Aber nicht an der Bushaltestelle. So. Machen wir da. Bäm. 0,51 Meter. Geht doch. Unter einem Meter ist super. Richtig interpoliert. Damit kann ich leben. Und damit geht es in die zweite Runde. Warum? Warum? Einfach nur eine gerade Strecke. Botswana. Oh, nicht mal. Oh, doch da eine abgehende Straße. Boah. Ich dachte. Oh, hoffentlich ist die eingezeichnet. Oh, wo sind wir? No Entry Beyond This Point kann ich lesen. Das war es dann aber auch schon. Ja, Südafrika. Botswana. Australien. Wenn wir ein Känguru-Schild sehen, dann wissen wir wenigstens, wir sind in Australien oder sowas. Du, du, du. Du, du. 08 auf der Straße kenne ich in Afrika und Botswana, aber eigentlich nicht. Okay. Also auf jeden Fall Afrika. Ähm. Ja. Ähm. Okay. Die sehen aus wie mit KI reingepastet. Hallo Elefanten. Einfach da. Krass. Das ist natürlich auch ein geiler Moment für so ein Google-Auto. Fährt rum und zack. Einfach fett. Elefanten. Geile Aufnahme, oder? Wow. Ähm. Ja, wo kommen Elefanten vor? Kenia oder sowas, nicht? Botswana, glaube ich, auch noch. Botswana klingt eigentlich schon ganz gut. Und die 8? Haben die eine 8? Die haben nur eine A1 und eine A2, nicht? Und eine A3. Äh. Und dann diese kleinen Seitenstraßen. Ja, die haben keine 8. Tansania war nicht drin, nicht? Also könnte es nur Kenia sein. A109. Ja. Ist zumindest eine 8. Kommt von den Farben her auch hin. Wir brauchen mehr Informationen. Aber das wird hart. Ich gehe mal in den Autofahrmodus, indem ich W mit der einen Hand drücke, damit ich mit der anderen Hand einfach mal einen Schluck trinken kann. Man sieht, er lässt mich aber richtig gut fahren. Er setzt mich ständig zurück. Das ist keine geile Strecke hier. Ich glaube, auch wenn wir Pech haben, wird die Strecke gleich aufhören. In Botswana, Kenia hat man oft das Glück, dass so Teile einfach gar nicht ausgebaut sind. Linksverkehr. Wird aber eher für Südafrika oder Botswana sprechen. Weiß gar nicht. Kenia hatte, hatte Kenia Linksverkehr? Ich kann mir immer nicht merken, wer Linksverkehr hatte. außer Großbritannien, Australien und Südafrika, Neuseeland. Den Rest kann ich mir immer nicht merken. Und den kann ich auch irgendwie 30 Mal hintereinander haben. Ich vergesse es immer wieder. Ich weiß nicht, was ich tun muss, damit mein Kopf sich sowas merken würde. Oh mein Gott, ist das eine Straße. Also wie soll ich denn hier auf dem Meter genau bestimmen, wo ich bin? Hier ist einfach 800 Kilometer gerade. Und zwar schnurstracks. Aber hier, also, da werde ich kein Glück haben. Das ist die schlechteste Situation, die man haben kann. So viel dazu, man wird immer an Ecken rausgesetzt. Diese Stelle widerlegt das. Wir haben theoretisch eine T-Kreuzung, aber ich glaube nicht, dass die andere Straße großartig eingezeichnet sein wird. Ach Gott, Alter, ich sehe schon eine Fata Morgana am Himmel. Wir werden schon überholt so langsam sind, war. Kall. Hat der ein Schild hinten dran? Kall. Nur wie schnell er fahren darf. Das Problem mit der 8 ist, die ist nicht süd, äh, nicht ost-west, die ist nord-süd. Also die würde eigentlich hier rausfallen, aus diesem Raster. Wir haben eine Straße, die geht wirklich so. Und auf der Länge müsste man das Stück zumindest klar identifizieren können. Und die einzigen Straßen, die wirklich so schnurstracks gerade laufen, kenne ich von hier teilweise. Aber auch nicht in die Richtung, die wir haben. Höchstens, wir wären auf so einer Strecke gerade. Das könnte sein hier. Oder, naja, ich glaube, das ist schon zu kurz. Das würden wir sehen, auf der Länge. Also die Gerade der Straße ist so spezifisch, dass wenn wir die Ecke haben, in der wir sind, wissen wir auf jeden Fall, wo wir sind. Auf welcher von den Straßen. Nicht? Die hier, zu krumm, zu krumm, zu krumm, zu krumm, zu krumm, eigentlich bräuchte ich wirklich nur nachgucken, wo ist wirklich eine, die hiermit bündig abschließt mit dem UI unten. Aber es gibt halt zu viele Straßen. Uganda gibt es auch so ein paar Sachen, aber meistens nur um Kampala. Die haben nicht so eine Straßen. Und die ist auch immer die ist auch schon zu gekippt. Das ist auch alles irgendwie nicht so richtig. und die anderen gibt es halt alle nicht. Ich meine, was ist noch, gibt es Ghana? Aber gibt es in Ghana Elefanten? Ich dachte, Elefantenverbreitungsgebiet ist hier so. Ja. Ja. Also für Tansania nicht. Da würde ich sagen, da gibt es Elefanten, aber ich weiß nicht, dass Tansania in Maps drin war. Aber kann natürlich neu dazugekommen sein. Das ändert sich ja ständig. Rwanda war, glaube ich, noch drin. War auch nicht alles. Aber die haben auch viel zu viel Höhen, nicht? Also das macht gar keinen Sinn. Eigentlich macht nur Botswana Sinn. Swaziland ist noch drin, Lesotho, aber die haben auch eher Höhen als gerade Strecken. Also ich gehe schon eigentlich fest davon aus, dass wir irgendwo hier sind. Hm. Aber manchmal täuscht es auch nicht. Da fahre ich irgendwie 20 Meter und denke, oh, bin ich hunderte Kilometer gefahren. Aber der macht immer so nur so ein Ding mit einem Klick und dann führt es sich natürlich weiter an. Manchmal springt er in anderen Ländern so ganze 200 Meter nach vorne mit einem Klick und dann fährt man irgendwie 50 Kilometer und denkt sich so, boah, ich bin gar nicht vorangekommen und am Ende ist man durch Cyberland gereist und denkt sich so, boah, was bin ich denn alles vorbeigekommen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das wird ein schöner Roadtrip heute. Ja. 30 Minuten haben wir schon voll und wir sind erst in der zweiten Runde. Ja. Ich weiß nicht, ob Umdrehen viel hilft. Normalerweise würde ich sagen, nach 10 Minuten drehen wir um. Ich glaube nicht, dass in der anderen Richtung viel mehr anderes kommt als in diese Richtung. Normalerweise sage ich, wir fahren bis zur nächsten Kurve und wenn da nichts ist, dann gehe ich zurück. Aber ich glaube, die Regel hier nach der nächsten Kurve also die muss so extrem, also die muss mindestens 20 Kilometer gerade sein. Das muss man sehen können auf der Karte. Ja. Oder es ist wirklich, wir sind so ein Stück gefahren und ich habe die Autos, wie die an uns vorbeirasen, wie wir die überspringen. Ich meine aber, wenn ich mir den Baum angucke, wie weit ist der weg? 20 Meter? Machen wir so in etwa 20 Meter mit einem Sprung. Wie oft habe ich geklickt? 200 Mal? Also sind wir vier Kilometer gefahren? Oder so? Sagen wir fünf aufgerundet? Oh, die Straße biegt sich nach Süden. Wow. Sie lebt. Wird doch rapidisch schlechter hier von der Qualität. Auf einmal sind wir einfach in Deutschland gelandet. Die ganze Zeit, oh, Afrika, schöne Straße und Deutschland willkommen. Aber sie haben mehr Radweg am Rand als wir. Wenn ich eine Radtour international machen würde, würde ich ein Land auslassen und es wäre Deutschland. Deutschland. Ich glaube, man muss aber auch immer im anderen Land leben, um da auch die Feinheiten Broadworks Ahead wahrzunehmen, die einen dann da auch nerven würden. Oh, oh. Weg. Nicht to start. Scheiße. Ich wollte to previous position. Wartet. Noch kann ich's retten. Okay. Wo ist jetzt Workroad Ahead? Welche Richtung sind wir gefahren? Shit. Ja, da. Workroad Ahead. Oh. Oh, ich hab's noch gerettet. Boah. Oh, fünf Kilometer einfach in den Arsch getreten gerade. Aber den kleinen südlichen Knick, den werden wir ganz schwer ausmachen. Der war wirklich nur ne Nuance, nicht? Wir sind jetzt wieder West-Ost. Gut, aber wir fahren nach Westen. Das heißt, vom Startpunkt aus könnte man mal nach Osten fahren. So bei 15 Minuten mach ich das. Also eine Minute fahren wir hier noch. Und wenn ich dann nicht irgendwie was im Horizont sehe, wo ich sage, okay, da könnte man irgendwas erkennen. Was stand da gerade wieder? Die 8, nicht? Oder 80. 80 steht da. Aber was ist 80, nicht wahr? Ich meine, die haben hier alle keine Benennung. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt, das müsste man ja sehen, wenn das eine Straße ist. Wo ich eine 80 hatte, war durchaus in Kenia hier, nicht? Die 81 war hier, aber die 80 habe ich nicht gesehen. Müsste ja so verlaufen, das würde ich ja sehen. Muss ja lang sein. Und gut ausgebaut. das wäre die 112, 103, 106, 104, 103, 97. Wir gucken einfach mal. Wenn die zufällig ganz gerade läuft, 69, 83, 76, 79, 79, 80, 92, 91, 96, 96, 97, 37, 33, 43, das ist auch wieder bunt gewürfelt. Leute, wie machen wir heute unsere Straßenverteilung? Mmh, 20-seitigen Würfel und schon haben wir das Ergebnis. C47, C82, C80, aber in der falschen Richtung. und die macht auch keine West-Ost Ausprägung in irgendeiner Weise. Da kann dies einfach nicht sein. Und in Botswana gibt es keine 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Gut, hier wäre eine gerade, nicht, sowas. Aber das ist schon zu, zu nicht westostig. Und so einen Knick hatten wir bisher nicht, so einen krassen. Und die, ich glaube auch so eine, das hier sind nur Sandstraßen gewesen, in meinen, nach meinem Gefühl. Die, die kleine gelbe hier, die wäre noch, noch so eine. Hier hätten wir eine. Die ist, die ist perfekt, nicht? Ich glaube, wir haben sie gefunden, oder? Und hier ist der kleine südliche Knick. durch den wir gerade durch sind. Das heißt, wenn wir Pech haben, haben wir wirklich irgendwo hier ganz hinten gestartet. Aber die kommen hier gerade doch sehr verdächtig vor. Die sieht man nämlich nicht, weil Google da die drei Punkte drüber legt. Die nimmt man null warm. Das ist natürlich echt beschissen. Geht die hier weiter? Guckt mal, die geht nach hier weiter. Das heißt, wir können auch hier sein. Aha. Aber die sieht halt nicht so groß aus wie die auf der wir sind. Aber vielleicht gibt es noch mehr von diesen Straßen. Aha. Aber die sind auch zu klein. Okay. Aber es gibt mehrere gerade Straßen, die ich nur nicht sehen kann. Oh. Nach Westen. Okay. Jetzt habe ich drei Minuten gesucht. Jetzt gebe ich noch eine Minute rauf. In die Richtung. Komm. Irgendwas. Jetzt sind wir schon sieben Kilometer nur gerade gefahren. Ich meine klar. Was soll man auch links und rechts ranschreiben, wenn links und rechts nichts ist und das letzte Schild vor 200 Kilometern war und die Straße 300 Kilometer lang ist. Warum sollte ich denn alle 100 Kilometer ranschreiben? Du bist in 50 Kilometern da. Man hat eh keine andere Chance als gerade auszufahren. Es gibt ja nicht mal eine Raststätte oder eine Tankstelle oder irgendwas. Von daher kann man nur da bleiben wo man ist und einfach Roadtrip machen. Okay. Ah, da vorne. Komm, da macht's einen Rechtsknick. Den guck ich mir jetzt noch an. wie intensiv der ist. wir den irgendwie wahrnehmen könnten auf einer Karte. Ah, der ist auch ganz jetzt sind wir wieder auf der Original Ost-West nicht? Die ist so ein bisschen südlich gegangen und jetzt ist sie wieder Oh, was haben wir jetzt? Erst Elefanten und jetzt wo sind sie? Einfach tot gefahren. Wo seid ihr hin? Da sind sie. Einfach die Antilopen? Nee, was ist das? Karibus? Nee. Gazellen, nicht? Das sind Gazellen. Oh, eine kleine auch noch dazu. Das ist eine richtige Safari hier gerade, die Route. Krass, sie muss wirklich im Nirgendwo verlaufen, dass wir Elefanten, Gazellen und alles Mögliche wahrnehmen. Cool. Hilft uns nur nicht zu bestimmen, wo wir sind, obwohl, wenn ihr wüsstet, wo Elefanten leben und zwar afrikanische Elefanten und Gazellen und wo die sich treffen, dann kann man das wahrscheinlich auf wenige Länder zumindest eingrenzen. Dann wissen wir, wir sind in dem Land auf der 80 und dann könnte man das genau bestimmen. Da da ich aber nicht googeln darf, darf ich auch nicht nachgucken. Von daher, da ich es nicht weiß, hilft mir der Hinweis auch nichts. Okay, und ich sehe im Horizont passiert nicht viel. Andererseits sind hier mehr Autos unterwegs, aber gut, wo sind die Autos sonst hin, als gerade an uns vorbeifahren? In anderen Stellen würde ich sagen, ah, wenn mehr Autos kommen, kommt eine Stadt und die fahren dann links rechts weg, aber die können sie ja nicht links rechts weg fahren. Das heißt, die Menge der Autos auf der Straße ist hinten genauso viel wie vorne. Das kann sich also nur nach Tageszeit unterscheiden oder Jahreszeit. Aber hier kommt ein kleiner Hügel. den will ich jetzt noch schön auf die Spitze und dann gucken wir drüber und sehen nix und dann drehen wir um. Und dann drehe ich um und genau am Startpunkt ein grünes Schild in 50 Kilometern ist diese Stadt und ich bin ganz glücklich. Ich glaube ich sehe Zivilisation Handy Masten mein Gott Oh mein Gott wir haben eine Landesgrenze Stopp Leider kann ich nicht lesen welche Landesgrenze Okay wir fahren nach Botswana rein das heißt wir sind jetzt gerade wahrscheinlich hier angekommen aber hier gibt es keinen Übergang das heißt an irgendeiner Straße also hier guckt mal die die verläuft auch direkt aber natürlich Nord Süd vielleicht haben wir haben wir eine ganz gerade Grenze irgendwo hier oben vielleicht D 403 guckt mal an sowas erwarte ich natürlich jetzt die D 80 oder sowas haben wir noch eine gerade Grenze hier ist auch eine wie heißt die die hat keinen Namen die hat hier aber einen Übergang wenn hier eine Straße noch nach da weg geht dann sind wir auf der hier würde ich fast beschwören ich kann leider nicht mehr lesen ist alles mit der Kartoffel Kamera aufgenommen wäre cool zu wissen in welches Land wir hier ein fahren äh okay es gibt auf jeden Fall eine Parallelstraße um die Grenze zu umfahren die kriegen nichts mit ähm äh ich weiß nicht ob das so gedacht ist so ähm äh ja Grenzübergang mal anders tut 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 ja kann man auch mal machen ah hier wo kommen wir hin Schobe National Park Ngoma Schobe die sind ja wenigstens eingezeichnet KGKG Schobe hier sind wir irgendwo aber wo ist hier eine gerade da auf der sind wir auf der A33 ja hier da sind wir gerade krass okay aber warum steht denn überall 80 drauf wenn es die A33 ist jetzt ist nur die Frage kommen wir von hier kommen wir von hier oder kommen wir von da leck meine Füße wirklich einen beschissenen Staat hätte man ja nicht kriegen können da hinten steht sogar noch dran wo aber das ist mir egal also wir sind jetzt hier wo sind wir also gefühlt sind wir 5 oder 10 Kilometer gefahren das heißt wir wären hier so und da wir eine abgehende Straße haben sind wir dann hier das wäre meine einzige guess wo ich sagen würde also das hier ist eine Straße oder das hier ist eine Straße die macht so einen kleinen knick weiß nicht ob der von google erfasst ist die macht so einen kleinen knick das könnte der sein aber wahrscheinlich machen die alle so einen kleinen knick na oh oh wir haben ja auf der anderen seite auch eine aber ist das eine Straße ich meine ist das eine Straße in Afrika ich kann es euch nicht sagen ist das in google eingezeichnet hier sind auf jeden Fall reifenspuren es sieht nicht aus wie eine Straße aber das würde bedeuten dann wären wir nämlich hier weil die anderen haben keine Gegenstraße root 16 die gibt es auch noch dann würde ich ja fast sagen sind wir bei root 16 an sich von dem was ich gefahren bin hier ist auch noch was shit ok wir fahren mal nach osten ob wir irgendwas ausmachen können ich habe natürlich jetzt nicht die abgehenden Straßen nach links und rechts gezählt bei 20 kilometern oh man vielleicht sehen wir ja noch Nashörner dann wäre die safari wenig sind komplett gut aber wie viele Nashörner gibt es 50 in ganz Afrika und glaub nicht dass die vor das Google Auto gelaufen sind ihr könnt euch schon mal auf eine Abstimmung bereit machen und dann könnt ihr mitbestimmen ob wir anstelle 1 2 oder 3 sind oder was anderes gibt einfach zu viele Möglichkeiten gerade in meinen Augen na klar aber was soll hier auf der Strecke kommen irgendwann kommt das Ding wenn hier wird es auch Routen runter geben die nicht nur nicht eingezeichnet sind ich sehe hier ständig rechts und links irgendwie Reifenspuren war klar wenn du dahinter in deinem Haus wohnst und dein Auto hier zum Beispiel nicht Auto hast oder du musst immer zum Wasser weil das wird natürlich bei Google nicht erfasst so ein Weg wahrscheinlich ist das ein Schulweg hier Tom in der Müge mache ich dann Finale da müssen wir uns entscheiden was wird nicht besser also wir sehen da kommt nicht viel ja die benannte Route 16 ich würde sagen wir sind hier nicht wenn ich mir die Straße angucke und hier steht auch irgendwas dran no trespassing passes point also Route 16 1 2 dahinter oder 3 oder ja oder was anderes hier davor oder dahinter hier mit dem gegenüber wieder 3 ich mache jetzt eine Abstimmung auch wenn nur 2 3 Leute da sind ich muss mir Sicherheit verschaffen neue Abstimmung welche Straße links 1 Mitte 2 rechts 3 und der Twitch für die Aufnahme blöd andere darf mit entscheiden welche wir jetzt nehmen ich würde schon sagen so von dem von diesem Schlenker her den die hier macht nach links rechts links wenn man ganz dicht drangeht die geht aber nach rechts links rechts macht das eigentlich genau umgekehrt weil die hat zum Beispiel gar keinen Schlenker und die hat aber die hat hier so einen Weg guckt mal so einen kleinen und das wäre die also das hier wäre 1 das hier wäre 2 das wäre 3 und 3 hat so einen kleinen Weg und wenn ich mich nicht täusche haben wir hier halt auch so einen kleinen Weg es könnte auch nur ein Laufweg sein und kein Autoweg das könnte auch was erklären schwierig ich meine es könnte ein Weg sein der nicht eingezeichnet ist weil er nicht offiziell ist wir sind ungefähr 20 15 Kilometer gefahren das heißt ich würde maximal bis zu hier denken da wäre das schon draußen also ich würde sagen wir sind genau in der Mitte irgendwie und dann wäre das hier die richtige so Ergebnisse ansehen was sagt ihr denn einmal nach rechts oh okay also rechts wäre nee nicht das rechts wäre dann die hier und das das hier ist so krass nicht das wäre da müsste ich eine richtige Straße gleich gegenüber haben und hier sehe ich keine Straße nach Ost nicht Norden Osten müsste hier eine Straße kommen die haben wir nicht also außer das ist eine Straße oder so und ich kann es einfach nicht erkennen was ich nicht ausschließen möchte okay dann mit eurer Entscheidung würde ich sagen auf volles Risiko nach rechts Abstimmung beenden eine Stimme für rechts jawoll ihr hattet recht die richtige Entscheidung getroffen der kleine Weg war es aber auch nicht der hat mich nochmal so bei den anderen war der kleine Weg nicht deswegen wäre ich dann da auch hingegangen ah siehste doom mitbestimmt hallöchen hallöchen 13 meter 40 boah was ne scheiße wir sind 30 kilometer gefahren oder 40 sogar okay und damit geht zu Runde 3 ah Thailand okay vielleicht noch Kambodscha aber ich würde eher Thailand sagen wir sollten auch wahrscheinlich hier unten sein irgendwo fühlt sich zumindest im ersten Moment so an das Sri Lanka ich bin auch unsicher irgendwo so in die Ecke aber kann die Schrift immer nicht auseinander halten schöner Kiosk also ohne Witz ist einer der schönsten Kioske die ich bisher gesehen habe in der Region sogar Kinderspielzeug wow das sollte darauf hin dass es eher eine Touristen Region ist ok hier wird einfach mal was verbrannt ist wahrscheinlich auch nicht gefährlich hier ist eine Tankstelle wow richtig geschützt ja klar Benzin ist wahrscheinlich genauso wertvoll wie bei uns See immer mit der Schrift immer unsicher im ersten Moment sieht der immer thailändisch aus und dann werde ich immer unsicher Resort und Camp das ist hier nicht mal schlecht Kalasinkamp ey wir können mal wir können mal was lesen das heißt wenn wir die Ecke haben Kalasinkamp zwei Kilometer das ist ja schon mal nicht schlecht das können wir leider nicht sehen Telefonnummer hätten wir auch und das ist wieder Malaysia so an so einer Ecke Thailand ok Fahne sagt Thailand mit der heiligen Kuh eben ah ne es war Indien nicht ok das sind Reisfelder kein See ich dachte ein schöner Badesee aber es ist eher so eine Fischersiedlung ja will ich jetzt in die Richtung weiter von der großen Straße weg eher nicht ich finde die große Straße schon sehr sympathisch und wir sind direkt an irgendein Tempel auf den wir auch rauffahren können ok das sollte man auf der Karte dann nämlich entdecken können das müsste so eine graue Straße dann werden und hier steht sogar wo wir sind ich kann es nur nicht lesen beziehungsweise ich würde es nicht erkennen auf der Karte was ist da 100 meter ach so zu diesem ding zum brand nee wir wollen in die andere richtung wir müssen aber in der nähe einer größeren oder beziehungsweise ist das eine größere Stadt nicht tankstelle schulen sehr viele einkaufsläden wasserversorgung autos saubere häuser und das war meistens hier unten der fall um diese inseln wenn wir ah stimmt wartet ich muss mich erinnern an den straßen rändern bei den großen straßen hatten wir immer so steine das wieder das camp wo genau drauf stand welche straße das ist das heißt wenn wir hier so einen dicken stein entdecken dann haben wir es fast schon da muss ich nur die straße finden das kann manchmal schwierig sein und dafür müsste ich was trinken prost ist ich würde sagen für die youtube aufnahme mache ich hier einen kleinen cut eine stunde haben wir uns durch die ersten zweieinhalb level gekämpft wir sind auf einem guten weg in thailand herauszufinden wo wir sind und wir sehen uns im nächsten teil